Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Guild Wars 2! Und, ich hab keine Ahnung, warum ich mir gerade lauter... Äh, komm, also, äh, andere Spieler entgegengelaufen sind, wo ja die alle kämen. Aber, who cares, oder, würde ich sagen? Warum läuft der da oben? Gibt's da oben was? Ich soll ja auch mal da rauf. Ich lauf auch mal da rauf. Vielleicht gibt's sowas cooles. Warte, gibt's da was cooles? Okay, ja, Mensch, ja, versaut. Haha, huah! Da musst du was geben, warum gehst du sonst so weg, oder? Nicht genug Energie. Hey! Ich probier's ihn da jetzt, meinst du? Ja. Da sind wir doch doch hoch! Ich glaube, jetzt geht's gar nicht weiter, oder wie? Hä? Wie kommen wir denn sonst da rauf? Au, 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 das wollte ich jetzt nicht. Na, ist ja wurscht, Leute, ich tue schon wieder so viel Zeit verbleiben. Okay, Leute, Concentration. Letzte Folge, haben wir die erste Geschichte unserer Home-Episode verlassen? Wir haben das doch gemacht, oder? Seht euch die Situation in Trockenkuppe an? Sprecht mit Funke in Trockenkuppe. Achso, das geht dann noch weiter. Ja, das ist ja cool. Ich hab mir gedacht, das war jetzt schon das erste. Ah, das ist eine richtige... Komme ich da hoch auch wieder? Das wäre sehr gut, bitte. Das ist eine richtig lange Story, oder wie? Ich bin gleich mit Borgsucht. Das ist natürlich dann wieder richtig geil. Das zahlt sich dann schon aus, die 200 Edelsteine dafür auszugeben. Ich bin jetzt sicher dagegen... Ah, es ist so heiß! Ich hab mir... Aua! Ich hab mir jetzt, wie ich Pause gemacht hab, einen Kaffee gemacht. Und... Leute, mir ist aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennenzulernen könnt. Aber das ist nur meine Ostertasse. Meine Tasse für die Osternzeit. Osternzeit? Osterzeit. Und ihr wisst's, wann Ostern ist. Und wir haben jetzt einen Juli. Und ich hab so lange meine Ostertasse. Weil ich tue das ja immer wechseln. So Weihnachten hab ich dann meine Weihnachtstasse. Ich bin sicher nicht die Einzige, was das so macht. Hoffe ich zumindest. Okay, Leute. Was muss ich da? Ich schau jetzt einmal auf die Karte. Ähm... Was? Seht ihr euch die Situation in Trockenkuppe an? Sprecht mit Funke. Ah, Funke. Alles weg. Ich kann es immer noch nicht glauben. Was ist hier geschehen? In einem Moment segeln wir ruhig durch den klaren Himmel. Und im nächsten stürzen wir nach unten. Was hat den Absturz eures Luftschiffs verursacht? Tut mir leid. Ich weiß es nicht. Es passiert das so schnell. In all der Zeit... In all der Zeit, die wie... Oh, Mann. In all der Zeit, die wir die Himmel bereisten, ist uns etwas derartiges noch nie passiert. Alles gut. Legt wohl vom Köln. Sprecht mit Nimbus. Unsere Aspektkristalle können euch dabei helfen, durch dieses Ödland zu navigieren. Da sie beim Absturz zersplittert sind, können sie eure Bewegung jedoch nur kurzzeitig verbessern, bevor ihre Energie aufgebraucht ist. Könnt ihr mir mehr über euer Volk erzählen? Mein Volk bereist mit Nimbus der Aspektkristalle. Aber das brauchen wir jetzt nicht, oder? Schlichtweg und Frieden prägen unser Leben. Das wäre ja... Unser geliebter Champion Drache ist gestorben, als sie alles Leben vor ihrem früheren Meister, dem Altdrachen, Kalkatorik rettete. Ihre kristallinen Überreste gaben uns die Magie unserer Schiffe in den Himmel zu erheben und uns, wie Aspekte des Himmels, zu bewegen. Das war sie. Das war sie. Verwendet die Fertigkeit, die Lichtpresche um durch die Sandmauer zu gelangen. Gerne. Wir hoffen auf bessere Tage. Verwendet Blitztuch um die Plattform. Verwendet den Sprung um die nächste Plattform zu erlangen. Was? Verwendet den Unterstützenden Sprung. Was ist das Unterstützendeste, oder? Was, was habe ich jetzt gemacht? Leute, was habe ich jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Na toll, du bist wieder versaubert. Hallo, lass mich wieder hoch! Mann, warum bin ich immer die Langsamste? Gelangt zur Absturzstelle. Gelangt zur Absturzstelle. Wo ist dieser? Da ist einmal ein Aussichtspunkt. Ah, Sehenswürdigkeit. Okay, dann mag ich nicht in den Trick. Warum stehen dann die da alle rum? Das ist halt eine sehr gute Frage. Okay, aber ist mir jetzt egal, denn, meine Lieben, wenn ich heute zur Absturzstelle... ... ... ... Die Wut ist mein! Oh ja! Die ist da oben. Wie kommen wir denn da rüber? Das, meiner Lieben! Das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht muss ich von da drüben... Ja, ich glaub da bin ich richtig. Macht gibt mich bringt nichts zu treiben. Da ist auch wieder so ein Ding. Schrottsammlerin. Ja, Schrott sammeln kann ich immer. Das ist so gut. Erst Verteidigung, dann Angriff. Okay, wir sind weg. Holzplanke? Für was soll ich da immer das ganze Zeit kommen? Was ist das? Eine verlorene Münze? Was kann ich mit der machen? Münzsammlerin, Schürftal... Ja, ich glaub das war gut, was ich gemacht hab. Sie ist ganz schön verzwickt, da. Ist das die Abstützstelle? Scheint so. Ja. Mein Freund, ihr dürft nicht verzweifeln. Alles geht vorbei. Unsere Herzen werden heilen. Ich bin selbst schuld an meinem Leid. Ich habe meine Ahnen verlassen. Bin meiner Liebe in den Himmel gesessen. Was dann die alle da unten? Ich weiß es nicht, meine Lieben. Da gibt's sicher irgendwie so einen Farm Raid oder so. Aha. Ah, okay. Da gibt's Quarz mit drin. Wie komisch, was sind die da alle? Und wo ist da bitte der Aussichtspunkt? Da oben, oder was? Eigentlich sollte er ja da sein. Okay, da ist sicher da oben dann. Kommt's, dann holen wir uns. Den Aussichtspunkt, den holen wir uns. Ey, was ist das? Oh, nice. Okay, das machen wir natürlich auch gleich. Cool. Da gibt's sogar Quarzkristalle. Das finde ich auch einmal sehr gut. Da ist so ein Blitz-Dings. Aber ich glaube, wir müssen eh einfach nur darüber, oder? Ist das irgendwie richtig, was wir machen? Vermutlich nicht. Weil, wieso ich denn von dort an da rüberkomme? Mann, das ist wie... Da glitzert wieder was. Eine Münze vielleicht wieder. Champions sind da unterwegs. Tja, wie ist halt wieder mal überhaupt nicht Jack, oder? Da rüberkomme ich. Aber eigentlich muss ich jetzt nicht mehr Aussichtspunkt sein. Nein! Es ist vorbei. Mann, ich bin halt schon sehr neidgierig. Ich muss das machen, liebe Leute. Da ist wieder eine Holzplanke. Da ist ein Inquis-Bür-Ding. Oh nein, geh weg! Mist! So. Ist das denn überhaupt irgendwie richtig? Was meint ihr? Also wir sind schon höher oben wie vorher auf alle Fälle. Da ist wieder eine Holzplanke. Den machen wir doch mal. Huppa! Macht mir recht! Warte mal, da drüben irgendwo ist der Aussichtspunkt. Ah, cool! Oh, voll an! Ach, jetzt muss ich noch mal holen, oder was? Ach, jetzt muss ich noch mal holen, oder was? Oh Gott, der ist unverwunschbar. Ist nicht geil. Oh, Schatz, da ist der Aussichtpunkt! Aussichtpunkt. Oh Gott! Oh Gott! Was ist das, liebe Leute? Haben wir den jetzt auch schon gefunden? Oh, schau mal! Das ist noch so ein Quarzkristall. Den holen wir uns auch gleich. Wenn wir schon da sind, alles mitnehmen, liebe Leute. Ich sag's euch! Was gibt's denn da noch? Ich schau mal auf die Karte. Da ist so ein... Was ist denn das für ein Käfer? Sammler, Versteiner oder Insekten? Mir nicht schlecht. Eigentlich könnten wir uns den ja auch gleich holen, oder? Ist einfach hinter uns irgendwo. Ja, ich glaub, dieser kleine Golem hat ein bisschen Probleme, genauso wie der. Und was leuchtet denn da? Wie ist denn das für ein Karte? Was ist denn da so? Wie sieht der Zienaare hin? 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 Mich bringt nichts zu weit. Komm schon! Ich bin noch keine Knorr Fan! Jaa. Sind alle normalen Gegner. Mach mir tot! Huh? Mich bringt nichts zu weit! Hallo! Greif da vorne! Schauer. Oh, die machen wir auch noch. Die stören uns sonst nur da. Kommunizieren. Kommunizieren. Ja, cool. Schaut, jetzt haben wir den an. Jetzt ist er schon mal nach. Ich sag mal, Wahnsinn. Wie ist er? Oh, schätze mal, da kann man hoch. Warum kann ich da hoch? Mach mal diese hoch, oder? Huia! Huia! Na super, schaust, jetzt bin ich nervös, weil ich da verbrüht. Ich hab doch einen kleinen Christur-Ding da. Ach, der gibt mir recht. Jetzt, warum sind da so viele Leute? Ich verstehe das einfach. Ach, Schatz. Ach, Schatz. Haben wir gleich eine Sehenswürdigkeit. Das ist schon mal sehr gut. Mich bringt nichts zu. Huia! Ich muss mich zurückziehen! Ja, ich würd' sagen, machen wir das Event dann noch fertig, oder? Und dann... Gott, da können wir ein bisschen. Machen wir eine Fallenpause. Und dann machen wir die Geschichte weiter, würd' ich sagen. Es geschah so schnell. Es geschah so schnell. Es geschah... Na los, Serena! Komischer! Oh, ich bin gerade dran. Ja, okay. Meine Vorfahren. Oh, ich bin gerade dran. Oh, ich bin gerade dran. Oh, ich bin gerade dran. Okay, wir haben schon drei. Oh Gott, wo läuft sie denn? Oh Gott, die läuft da aus. Was ist das? Nein, Gott, ja. Ja, nein. Da muss man wieder ent-out sein. Nein. Nein. Okay. Oh! Schreck nicht, tragische Geschichte! Oh Gott, jetzt läuft's wieder alles wieder zurück und... Oh Leute, ich glaub, das wird ein bisschen länger als Event. Warum laufst du jetzt wieder zurück? Oh Gott, Alter! Oh Gott, das ist eine Geisterschirme! Los, Sireen! Sireen, lauf! Oh Gott! Ah, das ist okay. Oh Gott! Ich bringe mich zu. Ja, irgendwo bringe mich zu. Ich bringe mich zu. In Questurkraftanzug! Jo nice! Bonus-Truhe. Warum kriege ich da jetzt eine Bonus-Truhe? Witziger Beutel mit Geode. Oh. Aha, also wenn man da einen Dienst macht, dann kriege ich so einen Bonus drin. Mich bringt nicht zu sein. Die Wut ist mein. Ja, ist auch geil. Äh, ja Leute, ich muss jetzt halt da irgendwie noch runterkommen, ne? Also da unten wäre die Geschichte, die wir machen müssen. Keine Ahnung, wie wir jetzt da wieder runterkommen. Ich hab Angst. Glaub, es geht das, wenn ich... Oh Gott, wir werden sowas von sterben. Vielleicht retzt mir irgendwer von da unten. Ah! Okay, naja Leute, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Geronimo! Oh wow, ich hab sogar überlebt! Boah, ich bin so cool. Wisset, dass ihr nicht allein seid. Ich wünsche euch Frieden. Ja Leute, ich stelle mir jetzt da... Upsala, meine Lampen. Schon wieder draufkommen. Äh, ja, das war jetzt auch eine nette Folge. Gilt was zwei. Wir haben da ein paar Events und die Landschaft erkundet. Und in der nächsten Folge machen wir mit unserer Geschichte weiter. Ich bin schon gespannt, was da passiert. Wir sehen uns. Ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.